Ich bin Maria Fellner. Ich bin Mitgründerin und Geschäftsführerin von Digital Life. Ich habe Elektrotechnologie in Graz und später einen Professional MBA in Entrepreneurship und Innovation an der WU Executive Academy absolviert und dann 20 Jahre bei URNAM Research gearbeitet. Ich habe dort den Bereich Active and Assisted Living and Digital Care aufgebaut und koordiniert und habe in den unterschiedlichsten Bereichen bei URNAM Research sehr viel gelernt. Digital Life ist ein Spin-off von URNAM Research, einer wichtigen Impulsgeberin und Innovationsschmiede in der Steiermark. Die Forschungsprojekte von URNAM Research und der Medizinischen Universität Graz im Bereich Demenztraining, die dann später zu unserem Produkt geführt haben, gehen bis ins Jahr 2015 zurück, bis wir dann im Februar 2020 auch mit Förderung der Austria Wirtschafts-Service Digital Life gegründet haben, um genau dieses Produkt kommerziell in den Markt einzuführen. Unser Produkt ist eine innovative App zur Aktivierung der kognitiven Leistungsfähigkeit. Und genauso divers wie der Markt für solche Produkte ist, so heterogen ist auch unser Team. Wir kommen aus den Bereichen Pflege und Demenz, Software- und Medizinprodukteentwicklung und Business Development und Sales. Unser Ziel ist, das jetzt am Markt befindliche Basisprodukt auch jetzt schon zu verkaufen und Erlöse zu generieren. Parallel dazu arbeiten wir an der Zertifizierung als Medizinprodukt für Demenztherapie als neue zukünftige Produktlinie. Und parallel dazu ist auch die Internationalisierung unseres Produkts im Raum DACH, aber auch CEE und Benelux so für die ersten Schritte eine große Herausforderung. Uns geht es wunderbar um Unicorn. Das Unicorn ist nämlich mehr als nur ein Haus. Wir haben moderne Büroräumlichkeiten mit innovativer Ausstattung und einem wirklich repräsentativen Ambiente. Aber wir haben vor allem ein inspirierendes und sehr unterstützendes Umfeld. wilde Gardstoff rund Untertitelung des ZDF, 2020